Deine Ambition schadet dir. Und obwohl Ambition ja häufig als etwas Positives angesehen wird, bin ich heute eben, um dir zu sagen, deine Ambition ruiniert nicht nur dein Glück. Nein, du wirst auch, wenn du die Ziele, die du gerade so ambitioniert versuchst zu erreichen, wenn du die erreichst, wirst du nicht wirklich glücklich sein. Und die Ziele, die du aktuell so ambitioniert verfolgst, sind mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht deine Ziele. Das ist ein sehr fortgeschrittenes Konzept, was ich dir heute mitgeben will. Aber ich glaube, du bist bereit dafür. Deshalb lass uns da direkt mal einsteigen. Bevor ich dir eine Sache sage, die letzten Wochen kamen mir keine Videos und kein Podcast, weil ich mit einem übelsten Virus im Bett lag und dachte, das hört nie wieder auf. Aber Halleluja, ich bin noch da. Und dabei habe ich viel über dieses Konzept nachgedacht, viel drüber meditiert. Denn wenn ich ein Muster sehe, was heutzutage so ziemlich jeden Menschen betrifft, und ich habe wenig Menschen erlebt, die es nicht so betrifft, ist es, ich beschreibe es gern so, dass du morgens aufwachst und sofort eine gewisse Unruhe spürst. Sofort, wie man es in Neudeutsch sagen würde, ja, eine Anxiety. Du bist irgendwie sofort angespannt. Du wachst auf und das Erste, was dir in den Kopf kommt, sind all die To-Dos, die du zu erledigen hast. All die Dinge, die du heute fertig kriegen willst. All das, was du machen musst. Nicht wahr? Und besonders, wenn du dir diese, nennen wir sie mal, Hustle-Kultur anschaust, die sich in den letzten Jahren, besonders durch das Internet, was eigentlich super ist, aber was sich so sehr verbreitet hat, ist diese Hustle-Kultur von, du musst mehr machen, du musst produktiver sein. Und der große Fehler dabei ist, kaum jemand hinterfragt das überhaupt. Denn hier ist das, was ich dir aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren sagen kann. Und das klingt jetzt erstmal weird, gehe ich von aus. Je weniger ich arbeite, desto mehr kriege ich hin. Und je weniger ich arbeite, desto glücklicher bin ich. Und ich bin mir sicher, der eine oder andere fragt sich jetzt, Bro, what the fuck? Ich meine jetzt nicht, dass du den ganzen Tag, oder dass ich den ganzen Tag fahrl auf der Couch liege. Darum geht es nicht. Aber wenn ich mir meine Geschichte anschaue und ich sehe dieses Muster bei super, super vielen Klienten von mir und bei super vielen Freunden von mir, sind wir alle mit einer gewissen Botschaft aufgewachsen. Erstens, wenn du in einer gewissen Zeit nicht arbeitest, dann bist du unproduktiv, dann verschwendest du deine Zeit. Du bist ein Nichtsnutz. Darauf bauen dann viele Menschen ihren Selbstwert auf. Das heißt, hey, nur wenn ich produziere, wenn ich etwas schaffe, oder lass mich das anders formulieren, nur wenn ich beschäftigt bin, weil es geht ja nicht ums Produktivsein. Da gehe ich gleich auch noch drauf ein. Nur wenn ich beschäftigt bin, dann bin ich wertvoll. Und wenn ich beschäftigt bin, dann ist ja diese Unruhe, die die ganze Zeit im Hinterkopf ist, diese Eile, die jeder unbewusst spürt. Selbst Leute, die dieses Video, diesen Podcast hier nicht schauen oder hören. Und by the way, wenn du jemanden kennst, der das Ganze hier schauen oder hören sollte, teile das Ganze gerne. Selbst Leute, die sich überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigen. Jeder fühlt es irgendwo. Sonst würden nicht so viele Menschen so massive Mengen an Alkohol, an Zigaretten, an Pornos, an Social Media und an allen möglichen anderen Sachen, welche betäuben. Sonst würden die Menschen nicht so viel davon konsumieren. Das heißt, diese Unruhe, welche uns dazu bringt, mehr zu machen, beschäftigt zu sein, weil wir damit irgendwo unbewusst unseren Selbstwert verbinden, weil wir glauben, nur wenn ich beschäftigt bin, bin ich etwas wert. Und mit der Zeit wird das Ganze ein Teufelskreis, denn in dem Moment, wo du dich nicht beschäftigst, kommt ja all das, was du im Endeffekt verdrängt hast, wo diese Anxiety herkommt, kommt plötzlich hoch. Und sobald du dich wieder beschäftigst, hast du ein Gefühl der Kontrolle. Und das fühlt sich kurzfristig erlösend an. Jetzt kommen wir zum Thema Ambition. Das verbinde ich häufig mit Ambition. Denn ich habe sehr viele ambitionierte Menschen kennengelernt, die teilweise, was weiß ich, wie viele Millionen in ihrem Leben gemacht haben. Teilweise bis zu 100 Millionen. Das ist mehr Geld, als ich mir vorstellen kann und ich wüsste auch nicht, was man damit machen soll, aber solche Leute habe ich kennengelernt. Und durchweg habe ich dieses Muster gesehen. Durchweg, da war nicht eine Person bei, die vollkommen mit sich im Reinen war, die das, was sie anstrebt, aus reiner Gelassenheit, aus reiner Liebe heraus macht, sondern vielleicht ein paar, jetzt wo ich drüber nachdenke, ein paar waren dabei. Aber 99% von denen kamen aus diesem mehr, schneller, was aus einer enormen, aus einem enormen Mangel herauskommt, nicht wahr, aus einer enormen Angst und irgendwann ist jeder in die gleiche Falle gefallen, bestimmte Ziele erreicht und dann bricht das ganze Kartenau in sich zusammen. Warum bezähl ich das jetzt? Erstmal, frag dich bitte einmal, inwiefern du aus diesem Modus heraus agierst. Und das machst du nicht jetzt einfach mal so nebenbei, das kannst du jetzt gerne auch, während du das Video schaust oder den Podcast hier ausmachen, aber nimm dir dafür bitte Zeit, dass du wirklich mal schaust, hey, die meisten Sachen, die ich im Alltag mache, mache ich die aus Liebe heraus, aus meinem Herzen heraus? Will meine Seele das? Oder habe ich das Gefühl, ich muss das machen? Ich habe keine andere Wahl. Habe ich das Gefühl, es passiert etwas Schlimmes, wenn ich das nicht mache? Denn so, das ist eigentlich die geilste Beschreibung, die du für das Gefühl haben kannst. Wenn ich das jetzt nicht mache, passiert etwas Schlimmes. Du weißt nicht was, du weißt nicht wann, du kennst nicht das Ausmaß dieser Katastrophe, die dann passiert, aber irgendwas Schlimmes passiert dann. Das meine ich in diesem Fall mit Ambition. Ist das an sich Ambition? Kann man sich darüber streiten? Ich will dir gleich einen besseren Weg mitgeben, wie du aus diesem, nennen wir es mal, diesem verinnerlichten Hamsterrad, weil mehr ist das nicht, du hast das Hamsterrad, was dir vorgelebt wurde, über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, hast dir das Ganze angeschaut, verinnerlicht und lebst das Ganze jetzt unbewusst aus. Das ist nicht deine Schuld, wenn dich niemand darauf hinweist und wenn du in einer Umgebung aufwächst oder einer Gemeinde aufwächst, wo genau das gefördert wird. Was willst du machen als Kind? Was willst du machen als Jugendlicher? Dann bist du erwachsen und solange du nicht anfängst, die Sachen zu hinterfragen, lebst du diese Muster einfach weiter. Traurige Wahrheit, aber ein Großteil der Leute, die Mitte 30 sind, da tut sich nicht mehr viel, weil das wird mit der Zeit immer schwieriger aus alten mentalen und emotionalen Mustern rauszukommen. Das ist bei dir jetzt hoffentlich nicht der Fall. Du wirst sonst wahrscheinlich nicht solchen Kontidik konsumieren. Aber was ist jetzt ein besserer Weg, da rauszukommen? Oder was ist ein besserer Weg, damit umzugehen? Erstens, erkenne den Shit erstmal. Damit hast du eigentlich das Wichtigste erledigt. Wenn du in der Lage bist, aus deinen Emotionen, aus deinen Gedanken und aus deinen täglichen, nennen wir es mal, Automatismen rauszukommen, dass du einfach mal sagst, hey, pass auf, was für Fick nochmal mache ich hier eigentlich? Warum fühle ich denn das? Warum denke ich das? Und warum verhalte ich mich Tag ein, Tag aus so, als würde die Welt untergehen, wenn ich das nicht mache? Das ist das Allerwichtigste erst einmal. Und ich gebe dir einen kleinen, kleinen Bonuspunkt dazu mit. Auch weil ich letztens mit einem sehr guten Freund telefoniert habe, der genau dieses Thema aktuell hat und es fällt ihm so unglaublich schwer, diese Sachen umzusetzen. Alles in dir wird sich dagegen sträuben. Dagegen streben, dagegen sträuben. Du hast so deine Metakognition, die das alles beobachtet und du merkst, fuck, was mache ich denn hier? Warum pushe ich mich denn so? Warum bin ich denn so gemein zu mir? Ich habe es immer gerne den inneren Diktator genannt. Warum gehe ich so gemein mit mir um? Warum zwinge ich mich zu all den Sachen? Warum, glaube ich, mich bestrafen zu müssen, wenn ich bestimmte Sachen nicht mache? Das finde ich auch so das Geilste. Sorry, mal kurz ausschweifen, ja? So von wegen, ja, wenn du dich accountable halten willst, wenn du was machen willst und du ziehst es nicht durch, dann musst du dich bestrafen. Das ist ja so ein Ratschlag, den du, ich sage mal, bei vielen Erfolgscoaches oder whatever hörst, ja? Das behindertest du überhaupt? Das ist so, sowas von pathologisch. Okay, halt, vor allem, aber warum mache ich das nicht, halt? Du bringst dich vielleicht dazu, die Sachen dann zu machen, wenn du dich bestrafst, aber die Beziehung zu dir und die Beziehung zu der Sache, die wird ja immer schlechter dadurch. Anyway. Das heißt, alles in dir wird sich dagegen sträuben, einfach mal die Fresse zu halten, dich hinzusetzen und dir das anzuschauen, was dort wirklich in dir passiert. Aber das ist das A und O, das ist das Allerwichtigste. Okay? Dann, je mehr du dir das Ganze anschaust, auf emotionaler und auch auf kognitiver Ebene, ja, weil das sind die Sachen, die dich im Endeffekt leiten. Du fühlst etwas Bestimmtes und häufig haben wir Angst vor dem, was wir fühlen. Das ist unangenehm. By the way, ich hau im Januar endlich mal wieder einen neuen Kurs raus, wo es nur um das Thema Angst geht. Das heißt, über diese inneren Blockaden, innere Unsicherheiten, auch diese Anxiety, die ein für einmal loswirst, habe ich dieses komplette Jahr daran gearbeitet. Und mein lieber Scholli, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber das wird deine Welt vollkommen auf den Kopf stellen, sagen wir es mal so. Gibt einen guten Grund, warum ich die letzten zwei Jahre auf Social Media nicht so aktiv war, weil ich mich mit dem Shit beschäftigt habe. Anyway. Häufig laufen wir vor unseren eigenen Emotionen oder vor dem, was wir fühlen, einfach weg. Und das machen wir, indem wir uns beschäftigen. Das heißt, je mehr du auf einmal beobachtest, welche Emotionen dort in dir vor sich gehen und du lernst, mit denen umzugehen, du lernst, sie zu fühlen, lass mich anders ausdrücken, du traust dich, deine Emotionen zu fühlen, dann merkst du plötzlich, wie viele deiner Verhaltensweisen aus dieser Reaktanz herauskamen. Ich will aber weg von dem Gefühl. Das will ich aber nicht fühlen. Und plötzlich hast du mehr Mut, das zu fühlen, was du in dem Moment fühlst. Eine Unsicherheit, eine Angst, ein Schuldgefühl, Scham, Trauer, eine Unsicherheit, was auch immer, aber du reagierst nicht mehr durch irgendein katastrophales Beschäftigtsein. Was dann im nächsten Schritt dazu führt, dass du mit der Zeit hier oben, mit deinem Kopf, deine emotionalen Muster verstehst. Und dadurch haben wir diese schöne Dreierreihenfolge. Du fängst erstmal an, dir Zeit zu nehmen, das zu beobachten und wahrzunehmen, was in dir passiert. Dann nimmst du deine Emotionen wahr und du merkst, warte mal, ich laufe vor denen weg. Lass mich die Dummer fühlen, anstatt immer in dieses reaktive Muster zu kommen. Simples Beispiel, du fühlst irgendein unangenehmes Gefühl, sei es nur sowas Banales wie Langeweile und bam, sofort bist du am Handy und Instagram und TikTok und ist eine Stunde weg. Das machst du ja nicht, weil du es liebst, auf Instagram oder TikTok zu sein. Nein, sicher nicht, sondern weil du für etwas in dir wegläufst. Unangenehme Emotionen. So, das merkst du, okay, dann fühle ich das mal. Und je mehr du dir erlaubst, das zu fühlen, was du in dem Moment fühlst, dann, kannst du dir vorstellen, steigt diese Weisheit sozusagen in deinen Kopf und du fängst an, kognitiv zu verstehen, was da in dir eigentlich vor sich geht und warum du diese Emotionen fühlst und womöglich sogar, wo sie herkommen. Wodurch du mit der Zeit lernst, mit einem größeren Spektrum deiner Emotionen umzugehen und zweitens, viele dieser unangenehmen Emotionen ganz einfach mit der Zeit verschwinden. Wodurch dann und jetzt kommt das, was ich eben meinte mit warum Ambition dir eigentlich schadet. Ja, komm mal nicht mal zu dem Punkt von diesem gottverdammten Video. Alex, komm, verfick doch mal auf den Punkt. Mal lagerst du über Emotionen, will auch keiner wissen. Sag mir, wie ich erfolgreich werde. Also, ticken dann immer die meisten und ich sag das nicht, weil ich von dem hohen Berg herab schaue, sondern, weil ich genauso in diesem abgefuckten Muster so hardcore lange gefangen war und es immer noch so ein bisschen so da schlummert so. Es liest zwar Zeitung und chillt gerade, aber manchmal so, guckst über die Zeitung und dann so, nee, dann merkst du auch mal, dass viele der Ziele, die du dir gesetzt hast oder viele der, in Anführungszeichen, Ambitionen, die du hast, ja, nur aus Angst herauskamen. Nur aus Schuld oder dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Oder dem Gefühl, nicht genug zu haben. Oder auch einer meiner Favoriten, aus Neid, aus Wut. Sprich, aus all diesen, wenn wir sie langfristig fühlen, sehr destruktiven Emotionen, dass deine Ambitionen nur aus diesen Emotionen herauskamen. Nämlich, so wie es ein Freund von mir immer gern sagt, der Nico, Nico, falls du das guckst, love you, brother. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, das Gefühl, etwas Besonderes sein zu wollen. Und der Drang, etwas Besonderes sein zu wollen, kommt eben häufig aus einem Schamgefühl oder aus der Angst, nicht gut genug zu sein, so wie du bist. Sprich, dass du, so wie du auf die Welt gekommen bist, ganz einfach fehlerhaft bist. Und das ist wahrscheinlich nichts, was du dir bewusst sagst. Ja, das sagt sich niemand bewusst. Oder wenn, dann halleluja, dann ist es dir hoffentlich inzwischen klar geworden, was denn dir vor sich geht. Aber die meisten Menschen, da läuft es so im Hintergrund ab, die merken es nicht. Und ich zähle dich jetzt auch mal dazu, nicht, weil ich dich ärgern will oder sage, dass du dumm bist, ganz im Gegenteil, sonst würdest du sowas hier nicht schauen. Irgendetwas in dir strebt ja danach, ein Stück wacher zu werden, ein Stück mehr von dem wahrzunehmen, was verfickt nochmal, mache ich eigentlich in diesem Leben hier. What the fuck. Ja. Und du nimmst das mehr und mehr und mehr wahr und merkst auf einmal, hey, viele dieser Ziele, die ich mir gesetzt habe, die ich ambitioniert verfolgt habe, sind überhaupt nicht meine Ziele. Ich habe ganz einfach diese Reaktanz auf den Emotionen so weit aufgebaut, dass ich gesagt habe, okay, dieses Gefühl, das werde ich nie wieder fühlen, wenn ich dieses Ziel erreicht habe. Das ist im Endeffekt die Botschaft dahinter, Digga. That's it. Halt, mehr ist es nicht. Und, je mehr du in dieses Thema reingehst, desto mehr merkst du, wie krass, oder was für ein großer Teil unserer aktuellen Welt genau darauf aufgebaut ist. Nicht aus dem Wunsch heraus, aus Liebe etwas zu kreieren und aus einem höheren Bewusstsein, aus einem klaren Bewusstsein, wir kommen sofort dazu, sondern aus Angst, Mangel, Schuld, Scham, Druck, Knappheit, alles. Und du siehst es ja, also eine Krise nach der anderen. Oh, Krise hier, Krise da, das ist kacke, das ist kacke. Ja, weil ich würde mal behaupten, 80, 90 Prozent bei Menschen nur in diesem Muster drin sind und sich dessen gar nicht bewusst sind. Und das ist eine Katastrophe. Du hast jetzt aber die Möglichkeit, da rauszukommen. So, die wichtigsten Schritte habe ich dir jetzt schon gesagt. Und wie lernst du jetzt, ähm, aus dieser, nennen wir sie mal, destruktiven Emotion heraus, zu kommen und in eine, in eine positive Schaffenslust, was für ein geiles Wort, man, das ist mir auch gerade einfach in den Kopf gekommen, what the fuck, in eine positive Schaffenslust zu kommen. Eine positive Schaffenslust aus dem Herzen. Die ersten Schritte habe ich dir schon mitgegeben. Ja, du machst dir bewusst, du fühlst die Emotionen und dann fängst du an, das kognitiv zu verstehen. Jetzt musst du aber im nächsten Schritt bestimmte positive, emotionale, bestimmte, positivere, ja, geht doch, emotionale Zustände kultivieren. Und, das kann etwas sein wie Liebe. Wow, wer hätte das gedacht? Ja, das kann etwas sein wie bedingungsloses Glück. Das heißt, du bemerkst jedes Mal, wenn du dein Glück von einem bestimmten Lebensumstand abhängig machst, du merkst, warte mal, was suche ich eigentlich oder was sehe ich eigentlich in diesem Ziel, in dieser, in Anführungszeichen, Ambition, die ich mir mal gesetzt habe, was glaube ich, was ich dann fühle? Und, wer sagt mir, dass, wenn ich dieses Ziel dann erreiche, dass ich das dann wirklich fühle und dass das unangenehme Gefühl, bevor ich wegrenne, dann weg ist. Das heißt, du schaust dir an, was ist eigentlich der Zustand, den du anstrebst, wenn du bestimmte Lebensumstände erreichst. Und, merkst eben durch den Prozess, ich will jetzt nicht zu lange ausweichen, aber du merkst eben durch den Prozess, den ich dir gerade erklärt habe, dass du viele dieser negativen Emotionen, die du im aktuellen Moment fühlst, auf diese Zukunft projiziert hast, dass sie dann weg sind, unterbrichst das und kultivierst stattdessen ein Gefühl, was dich in dem Moment hier zufrieden sein lässt. Das war jetzt eine Menge, ich weiß. So, ich kann mir vorstellen, was es bei dir im Kopf vor sich geht. Bro, das klingt erstens viel zu schön und wahr zu sein, kann ich mir vorstellen, habe ich mir auch immer gedacht, ja. Und zweitens, wie zur Hölle mache ich das denn jetzt? Erstens, mach dir bewusst, dass das Ganze wartet. Lass mich kurz überlegen, ob ich nicht noch einen Punkt dazu vergessen hatte. Nein, positive, positive emotionale Zustände, sei es Liebe, sei es Mitgefühl, sei es Dankbarkeit, sei es Leidenschaft, ja. Weil je mehr du das fühlst, desto mehr kommst du in diese positive Schaffenslust. So, der einfachste Weg, das zu kultivieren, ist nicht, dass du dich hinsetztst und sagst, boah, ich fühle jetzt Liebe, sondern du nimmst immer ein, nennen wir es mal, eine Unterstützung von jemand anderem an. Was meine ich damit? Anstatt dich jetzt hinzusetzen und zu sagen, okay, ich fühle jetzt Liebe, hol dir doch mal jemanden in den Kopf, der sehr liebevoll zu dir war. Unglaublich liebevoll. Mehr als du es von den alltäglichen Interaktionen, die du von Tag zu Tag hast, gewohnt bist. Jemand, der vielleicht immer wieder die Extrameile gegangen ist, nur um dir zu helfen, um dir etwas Gutes zu tun. Was hat diese Person verkörpert? Wie hat sie sich in dem Moment gefühlt? Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Und stell dir vor, du und diese Person, ihr werdet eins, dass du ihre Qualitäten, dass sie das Vorbild für diese positive Qualität ist und diese Qualitäten in dich übergehen? Das wäre ein Punkt. Du kannst nicht anders, als das dann zu fühlen. Eine andere Möglichkeit wäre, du setzt dich hin und erinnerst dich an einem Moment, wo du genau das gefühlt hast. Und du achtest darauf, was genau hat das Ganze für mich ausgelöst? Bleiben wir bei dem gleichen Beispiel. Jemand war extrem liebevoll zu dir. Und du hast dich in dem Moment geliebt gefühlt, wertgeschätzt gefühlt. Du hast wirklich bedingungslose Liebe gefühlt. Wie hat es dich in deinem Körper angefühlt? Wo hast du das gefühlt? Welche Gedanken kamen dir zu dem Punkt in den Kopf? Worauf hast du dich fokussiert? Welche Handlungen und welche Sichtweisen sind daraus aus dir entstanden? Weil sobald sich unser Bewusstseinszustand ja ändert, wird unser Handeln auch anders. Unser Handeln und Denken bekommen eine ganz andere Qualität. Wenn du aus dieser Angst, aus dieser Anxiety heraushandelst, Bro, kein Wunder, dass du dich tot arbeitest. Kein Wunder. Kein Wunder, dass du nicht vorankommst. Tut mir leid, das zu sagen, aber je mehr du das kapierst und hier ist das Interessante daran, dass er vor Ort eine Menge Mut und eine Menge Vertrauen, weil im Endeffekt sage ich dir ja gerade, leg einfach das Weltbild, was die meisten Menschen da draußen haben, ab und geh in eine andere Richtung. Und ich weiß, das ist scary as fuck. Das ist fucking unheimlich, Mann. Aber dein Handeln und dein Denken bekommen eine andere Qualität. Und du hast Zugriff auf etwas, worauf leider viele Menschen keinen Zugriff haben. Also eigentlich hat jeder Zugriff darauf, aber wenn wir eben in diesen destruktiven Mustern gefangen sind, haben wir es nicht. Nämlich auf deine Kreativität, Digga. Weißt du, wie kreativ wir Menschen sind? Weißt du, wie krass das ist, dass wir aus dem Nichts etwas erschaffen können? Fuck, Mann, gib dir das doch mal, wo du gerade diesen Podcast hier hörst oder das Video schaust. Auf einem iPhone, auf einem Computer, mit Bluetooth-Kopfhörern vielleicht, vielleicht fährst du gerade Auto. Bro, what the fuck? Das gab es irgendwann mal alles nicht. Da hat sich jemand hingesetzt und gesagt, ich arbeite jetzt ganz hart jeden Tag. Nein, da haben Leute ihre Kreativität genutzt und dann diese Ideen Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt. Aber Kreativität erfordert ironischerweise, ja, auf der einen Seite Arbeit, aber ich gehe mal davon aus, das kannst du schon. Kreativität erfordert ironischerweise sehr positive Bewusstseinszustände und eine Menge Freiraum. Eine Menge, Menge Freiraum. Das heißt, du musst dir Freiraum geben, dass dein Geist arbeiten kann. Dass dein Geist für dich kreativ sein kann. Das geht eben nicht, wenn du dich die ganze Zeit ablenkst. Wenn du die ganze Zeit voller Stress, Angst, Sorge, Schuld, Wut, Neid, ambitioniert, in Anführungszeichen auf deine Ziele zu rennst, dann geht das eben nicht. Dann brauchst du dich nicht wundern, ich arbeite immer mehr, warum geht das nicht besser? So, ich glaube, that's it. Long story short, fick deine Ambitionen, auf gut Deutsch. Guck dir lieber an, inwiefern diese Ziele aus sehr unangenehmen Emotionen heraus entstanden sind, wo du dir vielleicht sogar, das ist eine der krassesten Sachen überhaupt, die ich dieses Jahr gelernt habe. ganz häufig haben wir als Kind bestimmte Erfahrungen gemacht oder bestimmte Emotionen gefühlt und uns in dem Moment kindliche Schwüre geschworen. So werde ich nie. Das wird mir nie wieder passieren. Schau dir an, inwiefern vielleicht hinter dem ein oder anderen ambitionierten Ziel von dir ein Schwur aus der Kindheit steckt, der dich immer noch beeinflusst und dir früher mal gedient hat, der dir jetzt das Leben, aber da du 30, 40 Jahre älter bist, dein Leben zur Hölle macht. Pretty much it. schau dir an, was in deinen Emotionen abgeht, guck dir an, inwiefern du ambitioniert reaktiv bist und dann switch das Ganze lieber um zu positiveren emotionalen Zuständen, sodass du aus einer liebevollen Schaffenslust heraus arbeitest. Denn dann werden deine Wünsche wahr und weißt du, was das Krasse ist, Mann, als letzten Punkt? Du bist ja nicht nur hier, um einfach dir ein geiles Leben zu machen. Du hast vielleicht Kinder, du hast Familie, du hast vielleicht Angestellte, Freunde, bekannte Arbeitskollegen. Daraus ist eine ganze Welt. Daraus ist eine ganze Welt von Menschen, denen es wahrscheinlich nicht so gut geht wie dir. Daraus sind eine ganze Menge Menschen, die einfach vergessen wurden, sind durch die Lücken in der Gesellschaft gefallen, die nicht die Möglichkeit haben wie du. Das heißt, je mehr du das machst, desto mehr dienst du allen anderen Menschen da draußen. Das heißt, du kreierst eine fucking Win-Win-Situation für uns alle. Deshalb nimm das Ganze nicht so auf die leichte Schulter. Ne, warte, sag mal das, nimm das nicht so. Wie sagt man das denn nochmal? Nimm den Shit einfach ernst, Mann, das meine ich damit. So, machen wir Schluss für heute. Im Januar haue ich einen neuen Kurs raus, markiere das schon mal im Kalender und wenn du sagst, boah Alex, du hast mich damit jetzt voll abgeholt, ich will tiefer in das Thema reingehen, dann lass uns quatschen. Geh einfach auf meine Website alexanderwala.de slash coaching, trag dich dort ein, dann quatschen wir beiden einfach mal und bis dahin würde ich sagen, see you later, Alligator.